Da poltert es bei CO2, oder bei Darko, bei irgendjemandem hat es gepoltert. Wahrscheinlich bei mir, aber ich weiß nicht was das war. Hast du gerade irgendwas abgestellt? Ich habe meine Flasche an die Seite gestellt, weil ich etwas getrunken habe. Dann war es die Flasche. Du wolltest was für ein Buch, Bücher haben? Schärfe 4 und Haltbarkeit. Und Haltbarkeit 3 nach Möglichkeit. Unbreaking 3 habe ich noch. Genau, ein Buch. Und Sharpness gucke ich mal ganz kurz. Ich habe den fucking Creeper in meinem Keller gehört. So ein Arschloch. Also hier, du kannst dir hier aus den verzauberten Büchern in den Kisten nur Schatten und 2 weiter machen. Das war ich nicht. Ja, die habe ich mir auch schonmal, glaube ich, letztes Mal genommen, als ich Enchanted hatte. Weil ich dabei hing den Sharpness 5, äh, Schwer zu machen. Ähm, sonst wenn Ike Haltbarkeit 3 hat, dann gebe ich dir einfach kurz die Emeralds und du kaufst es dir. Ach, wir haben ein Sharpness 4 Buch? Ne, ein 5er. Ne, ein 5er. Oh wow. Nehmen wir doch die ganze Zeit. Als erstes schon. Als allererste will ich schon. Den wir haben. Ja, also das Buch kannst du von mir haben, das ist kein Problem. Also wir hätten beides drüben CO2. Sowohl Haltbarkeit 3 als auch. Ich habe auch mein Mother-Reich-Level an sich noch brauchbar. Brauchbar? Halt es mir zu langsam, ich gehe lieber ein bisschen da Quarz gefahren. Ich, falls das Buch dann willst, ich lege es dir hier draußen in die Kiste rein. Ähm, jetzt Goldöpfel. So, ähm. Ich nehme das noch mit. Goldöpfel hätte ich schon, Alk. Äh, ja ich mache mir meinen eigenen. Also. Ich habe noch 30 normale Öpfel. Plus 7 fertige Goldöpfel, also das ist kein Problem. Äh, das, das, das. Aber du machst ja nur Goldöpfel, oder? Ja. Keine OP. Geht ja nicht. Habe ich gerade getestet. Die sind doch ab irgendeiner Version rausgenommen worden. Aber ich habe einen in deinem Winter. Aber ich habe einen in deinem Winter. Die kannst du nur noch finden. Achso. Ab der 1,13 oder 1,14 war das. Meine, ich oder vielleicht. Ne, 1,12 kann man die noch, kann man die in der 1,12 noch craften? Äh, das weiß ich nicht. Wasserbucket nehme ich vor sich selber mit. Aber wir sind nicht so ehrenlos, dass wir einfach das Menschen abfackeln. Ne. Ne, also. Geht ihr Fahrzeug wieder weglegen? Hahaha. Echte CO2? Nein. Habe ich nur umsonsten Haltbarkeit drei Fahrzeuge gemacht? Ne. Kann man Feuerprodukt verzaubern? Über einen will. Aber du brauchst es eh nicht verzaubern. Ehen mal anzünden. Das Ding besteht ja komplett aus Holz. Naja. Also das ist immer ein Scherz gemeint. So wie nach Haltbarkeitsdreiruf fragt und dann das entscharnte. Weiß man's. Dir traue ich alles zu CO2. Zumal haben wir nicht Feuertix aus? Ne. Doch ist aus. Ja doch, stimmt. Das Haus brennt immer noch da hinten. Ach, das Haus, der Baum. Oder was bei CL2? Feuertix ist aus. Also deswegen habe ich ja nachgefragt, weil immer die ganze Zeit der eine Baum brennt. Ne, Feuertix ist aus. Explosionsschaden war ja ein. Wir werden sonst ja nicht Villager machen können. Genau. Da schenke ich dir. Mein Nähmetall ist eh voll. Ja, also ich habe alles. Ach, wir könnten jetzt schon direkt los? Natürlich. Warte noch mal kurz. Dann hole ich mir noch mal kurz ein bisschen Gold hier auf dem Messer. Warum ist hier ein Wasserblock? Okay. So, ich bin noch mal kurz weg, dann können wir gerne los. Wir müssen ja eh durch den Nähter gehen. Dumm, Schweine. Ähm, dein Beaten, der gibt doch bestimmt auch, ähm... Der ist nicht wirklich stark ausgebaut, der kann Haste gehen. Nee, Haste und Speed. Shit. Jetzt hätte man den nämlich mitnehmen können. Ähm, für was willst du dann? Für Regeneration. Hätten wir den davor aufbauen können. Aber dann brauchen wir ja auch mal was. Ich hab ja an sich, äh, ich hab nicht noch siebze... Äh, wenn wir alle zusammenlaufen, könnten wir es wahrscheinlich schaffen. Was brauchen wir denn alles? Äh, irgendeine Art an Blöcken. Also ich hab 17 Diablöcker. Dann lass uns doch direkt auf Emeralds gehen, weil dann äh, lohnt sich das. Hab ich gar keine gerade mehr, so wirklich. Emeralds Blöcke hätte ich vielleicht... Neun, Zehner, wenn's hochkommt. Oh wow, ich seh grad, ich hab noch mal drei Unbreaking Bücher. Boah, läuft. Kannst du mir die, ich komm mal eben zu dir rüber. Na, das Ene ist draußen in der Kiste, hatte ich dir ja gesagt. Äh, vor deinem Haus der Kiste? Ja. Danke. Äh, das war die OP-Argel, das war das... Ne, das Zeug... Joa, ich hab also wie gesagt alles... Dann scheiß ich jetzt auf Schadens 5 erst mal und hab ne Schadens 4 auf meinem Schwert. Hm... Äh... Beide. Oh, da könnte ich vielleicht da rüber schaden. Äh... Ich hab noch ein Schadens 5-Dia-Schwert mit Knockback 2, Looting 3, Unbreaking. Falls dir das was nützt. Mal sofort. Schade. Mal jetzt mal zuhören. Äh... Hab's dir da hingeschmissen. Ne, ne, ein Dia-Schwert nützt mir nichts. Hm. Und wenn du's auf, äh, Naterite upgradest und dann zusammencraftest mit dem anderen? Das könnte klappen. Das könnte klappen. Ich denke nochmal her. Das könnte das einzige Problem sein, die Level. Ja, ne. Wie teuer wird's denn? Too expensive. Äh... Was war das hier? Ja, es war das. Nutter. Habt ihr noch Äpfel? Ich hab alle verbraucht. Ah, okay. Weil ich hab super viel Gold, aber keine Äpfel. Ich hab alle meine 30 Äpfel in Goldäpfel umgewandelt. Ähm, Ike? Ja? Ja. Wie lange könnt ihr das noch herauszögern oder ich komm zu Matchen nicht mit? Ich muss nämlich leider noch was machen. Naja, das herauszögern wollt ich's nicht mehr. Na gut. Ich hab heute nen straffen Terminplan. Ich an sich auch, weil ich hab heute noch mit anderen Leuten was machen. Aber ich wollte heute auch wenigstens bei dem Ende dabei sein. Sonst müssen wir's alleine machen und beim Ende bist du dann auf jeden Fall dabei. Ähm, andersherum. Ich kann ja nachkommen, warte mal. Wo ist denn der Weg im Neter, dass ich den... Ähm, direkt beim Portal geht's nach unten, ne? In dem kleinen Stein-Portalhaus. Ähm, ich schau mal kurz. Weil sonst, ich hoffe, dass dort... Habt ihr noch Gold? Überfreue ich mir eben so. Keine Ahnung, sicherlich. Boah, ich müsste auch noch was haben. Okay, und wieviel Emerald Blöcke hast du, Ike? Ähm, ich würde auf sieben oder acht kommen. Äh, es wird nicht reichen. Wieviel brauchst du denn? Und für was? Äh, für Beacon. Ne, ich komm nur auf fünf Emerald Blöcke. Wir wollten den Beacon mitnehmen und auf Maximum bringen. Für Regeneration. Ja, sonst gehen wir ohne hin. Ist doch ohne das Problem. Hätte ich jetzt sowieso gesagt. Ähm, ich bin jetzt hier ganz unten. Hier unten ist eine riesenhohle Fläche. Ich hab gesagt, im Haus geht ein Weg nach unten. Genau, da bin ich. Oh, warte. Ich komm selber, Lunzen. Jetzt ist das schon Ewigkeiten her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja. Come down, Ike. Ich war soweit ready. Dann kommst du mal in den Neta. Ne, ne, warte. Ich hab eine Sache gegessen. Komm sofort nach. Warte, wir müssen auf C2 warten. Gut, ich bin dabei. Es hat sich gerade erledigt. Okay. Ob ich jetzt alles mithabe, ist die andere Sache, aber egal. Du brauchst nur einen Schwert, einen Bogen und Goldöpfel im Grunde. Ich bin auch hier im Moment so bereit. Äh. Sneak einfach Baum abbauen. Ich hab noch extra Betten mitgenommen. Hab ich auch drei Stück. Ne, ich auch. So. Dann. Dann. Ich hoffe, dass es jetzt hier richtig war. Da ist er. Okay. Warte, warte. Jetzt müssen wir noch auf Darko warten. Dann. 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 Ich hab ein Stack Gold wie Kyrolds mit. Ähm, wo seid ihr? Da. Ah, ich hab nen Krampf im Oberarm. Ich im Fingergelenk fast. Oh, Mann. Ich hab so richtig mein Arm so im 90 Grad Winkel angewinkelt und BAM! Tadaa! Jo, jetzt... Hab ich schon durchgegangen? Ja. Jetzt muss ich erstmal Thumbnail schnell machen. Wo komm ich hier am besten auf den Baum? Äh, leck mich doch am Arsch. Ach so. Das muss ich auch mal ein bisschen dich frei. So. Ich hab da auch die ganze Scheiße ein. Thumbnail ist gemacht. Ich hätte einfach auf dem Baum geklettern müssen. Hab ich doch. Wieso haben wir auch ein bisschen mehr Sicht? Ich war grad auf dem Baum und hab's damit gemacht. Apropos, wollen wir einfach uns durch die Wand bauen oder nen Haupteingang? Wir gehen durch den Haupteingang. Ich seh da nur ein Zeug runterfliegen. Ja, warte noch kurz. Da schießt jemand mit Pfeilen. Ich hab das ganz genau gesehen. Ich hab mich verdrückt. Das war die Armbrust. Genau. Wir müssten vielleicht auf die Nacht warten, dass wir uns hier zur Noten Spawn-Punkt setzen können. Ich will nur recht fliegen. Ich will nur recht fliegen. Okay. Denn... Ja, die sind auch gelabelt. Und... Ich snack mich kurz voll.